Meine Damen und Herren, heute geht es um die Hälfte des Lebens. Ein Gedicht eines der bekanntesten Gedichte von Friedrich Hölderlin. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Meine Damen und Herren, dieses Gedicht von Friedrich Hölderlin stammt aus dem Jahr 1803. Friedrich Hölderlin war 33 Jahre alt. Er fürchtete eine dichterische Krise, eine Schaffenskrise. Er hatte offenbar das Gefühl, in der Hälfte seines Lebens zu stehen und hat dann diese Lebenskrise in diese bedeutenden Verse gefasst. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Diese Bilder stehen in einem deutlichen Gegensatz zur ersten Strophe. Und es da heißt, um trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Wie viele Schülerinnen und Schüler haben in der Schule versucht, das heilig-nüchterne Wasser entsprechend zu interpretieren? Ich will hier keinen weiteren Versuch wagen. Ich denke nur, dieses kurze Gedicht lohnt es sich, ein zweites Mal zu hören. Und so möchte ich diese Folge unserer Serie mit einem zweiten Lesen beenden. Hälfte des Lebens Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig-nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen. Im Winde klirren die Fahnen.